In Ihrem Unternehmen gibt es hunderte oder sogar tausende von Prozessen, die das Geschäft am Laufen halten und enorme Datenmengen erzeugen. Daten, die für effizientere Prozesse, Zeitersparnis und ein besseres Kundenerlebnis entscheidend sind. Appian Process Mining ist der einfachste Weg, um Engpässe in Ihren Workflows zu bestimmen und zu beheben. Es schafft Transparenz, indem es Ihnen zeigt, wie Prozesse tatsächlich funktionieren, sodass Sie Maßnahmen ergreifen können. Und alles beginnt mit Daten. Datentransformation ist in der Regel der zeitintensivste Aspekt des Process Mining. Deshalb haben wir Mining Prep entwickelt, die es nur so bei Appian gibt. Sie transformiert Daten ohne die Unterstützung eines Datenwissenschaftlers und erspart Ihnen damit viel Zeit und Aufwand. Auf dieser Grundlage bietet Appian fortschrittliche Visualisierungen und hilft Ihnen Schwachstellen mit automatischer Ursachenanalyse und KI-gesteuerten Vorhersagen aufzudecken. Mit konfigurierbaren Dashboards können Sie wichtige Metriken und KPIs überwachen und so die Prozesskonformität und kontinuierliche Optimierung sicherstellen. Und da die Appian Low-Code-Plattform die Bereiche Process Mining, Workflows und Automatisierung in sich vereint, können Sie sofort auf Ihre Erkenntnisse reagieren. Erkennen Sie Engpässe in Ihren Prozessen. Entwerfen und erstellen Sie optimierte Workflows und automatisieren Sie diese über eine einzige Plattform. Weitere Informationen finden Sie auf appian.de Erkennen Sie auf die Plattform. Erkennen Sie auf die Plattform. Erkennen Sie auf die Plattform. Erkennen Sie auf die Plattform.